Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Und jetzt fehlt eigentlich nur diese Stimme aus dem Off und auf einen Schlag fühlte er sich wieder nüchtern. Etwas, der sich immer wieder hinterfragt hat, weil ich als Kind damals noch die John Sinclair Hefte gelesen habe. Und jedes Mal, wenn dann irgendwo der Dämon aufgetaucht ist, stand dann irgendwo und an einer Sekunde auf die andere fühlte ich mich wieder nüchtern. Als wäre das ein Schalter, den wir umlegen können. Und wenn ja, fragt mich, warum das die ganzen Trottel nicht immer vom Autofahren machen. Aber ja, natürlich macht Ferris nicht sich blau. Also nicht nur. Es ist, glaube ich, eher das Gesicht von Jeffrey Jones, das ein bisschen blau wird in diesem Film. Aber ja, ich muss sagen, ich beginne natürlich das Video nicht nur mit einer, sondern gleich mit mehreren Lügen. Auf der einen Seite, vielleicht hat's der ein oder andere bemerkt, aber ich war gar nicht betrunken. Das war nur mein schauspielerisches Glanzstück. Auf der anderen Seite ist alleine der Videotitel eine reine Lüge. Quickie. Heute wird definitiv gar nichts quick sein. So viel kann ich schon mal verraten. Aber das liegt doch einfach daran, dass wir uns heute mit einem Film beschäftigen, der im Jahr 2014 in die amerikanische National Film Registry von der Library of Congress aufgenommen wurde. Einer von übrigens nur zwei Filmen von Autor und Regisseur John Hughes, die es zu dieser absoluten Ehre gebracht haben. Der andere ist logischerweise Breakfast Club, kam allerdings erst 2016, also erst zwei Jahre nach Ferris Bueller zu diesen Ehren. Außerdem war der Film 1998 auf der Shortlist von 400 Filmen, die nominiert waren für die Top 100 Greatest American Movies. Und das ist natürlich alles eine besondere Ehre, wobei man das allerdings aber auch verstehen kann, wenn man sich den Film Ferris macht blau anschaut. Was John Hughes ursprünglich schon einmal gesagt hat, ist, dass er bei seinen Filmen mehr Wert auf die Charaktere, denn auf die eigentliche Geschichte legt. Das heißt, er hat mehr oder weniger den Anfang und das Ende von dem Film im Kopf und dazwischen lasst er quasi gerne die Charaktere durch seine Finger sausen und nicht jagt die Charaktere einfach von einem Ereignis zum anderen. Das erzeugt mehr oder weniger seiner Meinung nach einen natürlicheren Flow und vor allem eine natürlichere Charakterentwicklung. Was finde ich etwas ist, das man bei dem Film Ferris Bueller's Day Off ganz besonders deutlich merkt, sogar noch mehr als bei einigen anderen John Hughes Filmen. Der sich interessanterweise in seiner Filmografie immer auch ein bisschen mit dem Thema Coming of Age beschäftigt. Natürlich in erster Linie kann man an der Stelle seinen Film Breakfast Club auch erwähnen, beziehungsweise auch seine allererste Regiearbeit aus dem Jahr 1984. Nämlich das darf man nur als Erwachsener. Wobei man an der Stelle dazu sagen muss, dass nachdem sich John Hughes immer wieder gerne auf die Coming of Age Stories konzentriert, einige Elemente aus Filmen wie eben Sweet Sixteen oder Weird Science, also Lisa, der helle Wahnsinn, sind schon, wenn man die heutzutage rückblickend sieht, ein bisschen... ...creepy, oder? Dabei ist tatsächlich interessant, dass John Hughes noch bei acht Filmen insgesamt Regie geführt hat. Nämlich eben Sweet Sixteen, Breakfast Club, Lisa, Ferris macht blau, ein Ticket für zwei, she's having a baby, allein mit Onkel Buck und Curly Sue. Aber bei über 50 Filmen fürs Drehbuch verantwortlich ist David, hat er bereits begonnen als einer der Autoren von dem klassischen National Lampoon Circus. Eines seiner ersten großen Arbeiten war quasi Ich-glaub-mein-Straps-Funkt-SOS und ja, den Titel habe ich nicht erfunden. Und noch vor Sweet Sixteen, also das darf man nur als Erwachsener, hat er bereits die schrillen Vier auf Achse geschickt, hat dann später eben noch Hilfe, die Amis kommen, geschrieben oder andere eben wirklich bekannte Titel, wie Ferienzutritt, Schöne Bescherung, Kevin allein zu Haus, ist sicherlich auch einer seiner bekanntesten Filme. Ein Hund namens Beethoven, ein Film, auf den er ganz besonders stolz sein muss, weil er sich dafür das Pseudonym Edmond Dantes zugelegt hat. Außerdem dann noch Dennis, ähm, The Menace quasi, ähm, mit Walter Muttow oder Juniors Freier Tal. 101 Dalmatiner oder Flabber sind noch zwei Disney-Filme, die aus seiner Feder sind. Also, Drill B. Taylor hat abzuletzt dann zumindest die Story noch beigetragen. Also, man muss schon sagen, dass in der Filmografie von John Hughes natürlich einige interessante, großartige Filme dabei sind, aber halt dann auch Kevin allein zu Haus 3. Aber er hat in diesem Film einen ganz besonderen Cast, ähm, auf die Leinwand losgelassen. Und dazu, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, glaubt's mir's. Matthew Broderick hat natürlich die Hauptrolle, ähm, des Ferris Bueller übernommen. Und dabei gibt's auch eine interessante Geschichte, weil John Hughes gesagt hat, dass er Matthew Broderick bereits im Kopf gehabt hat, als er das Drehbuch für den Film geschrieben hat, weil er ihn eben für clever und charming hält. Was, ähm, man auch dadurch eben beispielsweise sieht, dass das, äh, dass andere Leute hätten Ferris Bueller gespielt, aber bei Matthew Broderick hat er das Gefühl, dass er wirklich Ferris Bueller ist, beziehungsweise sein kann. Man sieht das eben beispielsweise, das ist in der einen Szene, ähm, wo Ferris Bueller die Klarinette spielt. Wie Matthew Broderick auch einfach, äh, am Set gemeint hat, ja, passt, können wir einbauen in den Film, kann ich spielen. Obwohl er es natürlich nicht spielen hat können. Und jeder hat's ihm irgendwie am Anfang geglaubt. Und diese eine Szene, ähm, in dem, in dem Taxi, wo, wo Mia Sarah über irgendwas, was Matthew Broderick macht, lacht, eben er beispielsweise dadurch erreicht hat, dass er sie unter der Kamera an den Füßen gekitzelt hat. Und lustigerweise, wenn man sich anschaut, welche anderen Leute für die Rolle in Frage gekommen wären, war das interessant. Eric Stoltz beispielsweise, der ja irgendwie eine Karriere sich daraus gemacht hat, für Rollen vorzusprechen und sie dann nicht zu bekommen oder sie doch zu bekommen und dann wieder rausgestrichen zu werden, weil er einfach nicht besonders gut war. Aber auf der anderen Seite waren es auch noch Rob Lowe, John Cusack, Jim Carrey, Johnny Depp, Tom Cruise, Robert Downey Jr. und Michael J. Fox, die für die Rolle von Ferris Bueller in Frage gekommen wären. Wenn wir das mal ganz kurz überdenken, Mitte der 80er Jahre, weil Ferris Bueller's Day Off ist ja bekannterweise aus 1986, ein Jahr nach zurück in die Zukunft, hätte es der zweite Film sein können, wo Michael J. Fox Eric Stoltz ausgestochen hätte. Das wäre auf jeden Fall relativ böse gewesen. Aber wir sehen Matthew Broderick, den wir natürlich auch kennen aus Filmen wie War Games, Kriegsspiele, wo er angefangen hat. Er war in Cable Guy an der Seite von Jim Carrey zu sehen. Wir haben ihn gesehen oder gehört als Stimme von Simba, also englische Originalstimme in Der König der Löwen. Er war Inspector Gadget in diesem furchtbaren Film. Er war auch Dr. Nico Tatatopoulos in Godzilla, um ein Zitat aus diesem Film an dieser Stelle einzubringen. That's a lot of shit. Aber wir sehen Alan Rock in der Rolle des Cameron. Auch da gibt es einige Geschichten, die ich aber erst etwas später abgespeichert habe in der Textdatei. Alan Rock auf jeden Fall jemand, der dem quasi eine große Karriere prophezeit wurde, die er dann allerdings nicht unbedingt hatte. Er hat zwar den Steven in Speed gespielt, beziehungsweise einen Schuldirektor in M. Night Shyamalan's The Happening. Definitiv einer seiner besseren Filme. Er war dann noch Robert Newbrick in Twister. Er hat beispielsweise auch noch zuletzt in vielen Serien mitgespielt. Seine bekannteste war sicherlich Chaos City, wo er den Stuart Bombeck in 145 Folgen gespielt hat, beziehungsweise bereits seine allererste Rolle in dem Film Bad Boys, Klein und Gefährlich, der zuletzt erst von Turbine im Mediabook veröffentlicht wurde. Mia Sara, quasi der Love Interest, ist bekannt als Melissa in Time Cop, beziehungsweise als Lily in dem Film Legende von Ridley Scott. Dann mein persönlicher Lieblingscharakter in dem Film, auch dazu dann später noch ein bisschen mehr. Jeffrey Jones, der Schuldirektor, der Einzige, der quasi gegen Ferris Bueller ist, der Einzige, der einen hasst wie die Pest und das auf eine derartig drollige Art und Weise spielt. Wo man ehrlich gesagt sagen muss, eigentlich hat Jeffrey Jones im Jahr 1986 zwei absolute Kultfilme gespielt und in Wirklichkeit in beiden dieselbe Rolle, der andere Film war Howard the Duck. Und in beiden Filmen ist er eigentlich derselbe Charakter, vor allem weil er eigentlich den Schuldirektor in Ferris Bueller so anlegt, wie dann am Ende eher den besessenen Typen Dr. Walter Jenning in Howard the Duck, was ich sehr putzig fand. Er hat allerdings dann später auch noch einige andere ernstere Rollen genommen, wobei ich ehrlich gesagt bei ihm eher den David Rasche-Effekt befürchten würde, dass ich ihn in ernsteren Rollen kaum mehr ernst nehmen kann. Aber als A.W. Merrick in Deadwood war in 35 Folgen zu sehen, beziehungsweise waren sogar noch als Reverend Steenwick in Sleepy Hollow. Er war der Eddie Barsoon in dem Auftrag des Teufels und eben noch bei über 70 anderen Produktionen dabei. Das muss man ja an der Stelle wirklich sagen, dass der Cast von Ferris Bueller in extrem vielen Produktionen teilweise noch mit dabei war und der wirklich interessante, umfangreiche Karrieren hatte, weswegen, wie gesagt, wir haben mit dem Review noch nicht einmal wirklich angefangen. Jennifer Grey ist in dem Film zu sehen als die Schwester von Ferris Bueller. Natürlich kannten wir sie in erster Linie als Baby Houseman in Dirty Dancing, wobei der Film ja erst ein Jahr nach Ferris Bueller zustande kam. Zuerst hat sie 1984 an der Seite von Charlie Sheen, das merken wir uns, das kommt noch einmal, in dem Film Red Dawn, die Rote Flut, die Rolle der Tony gespielt. Wir sehen dann außerdem noch Cindy Pickett bzw. Lyman Ward, die interessanterweise die beiden Eltern von Ferris Bueller gespielt haben, auch im echten Leben verheiratet waren, was beispielsweise auch dazu dann sicherlich geführt hat, dass sie in dem Film Stephen Kings Schlafwandler auch den Mr. und Mrs. Robertson gespielt haben und eben öfter aufgetreten sind. Was witzig ist, dass der Film aus dem Jahr 1992 ist, dem selben Jahr, in dem sich die beiden dann wieder scheiden haben lassen. Offensichtlich ein Film, der nicht nur mich verstört hat. Sind die Katzen nicht verwandt? Nein, auf jeden Fall hat Cindy Pickett außerdem dann noch in Schwiegersohn Jr. mitgespielt, beziehungsweise in Deep Star Six, das Grauen aus der Tiefe oder auch in Ein Sprung in der Schüssel, Crazy Zombie aus dem Jahr 1982, wo sie die Kate gespielt hat. Wohingegen Lyman Ward neben der Rolle zum Beispiel noch als Mr. Wyler in nicht noch ein Teenie-Film oder Secret Service Guy in Independence Day, aber in erster Linie kennen wir ihn natürlich als Mr. Grady in Nightmare 2, die Rache. Außerdem sehen wir Edie McClurg in dem Film, die beispielsweise eine ihrer allerersten Schauspielerfahrungen bereits Mitte der 70er Jahre hatte, als Helen in Carrie, des Satans jüngste Tochter. Sie hatte jetzt dann zuletzt vor allem einige Voice-Work-Aufträge, unter anderem bei Pixar-Filmen, aber wir kennen sie zum Beispiel als Mother Disguisee aus dem Film Meister der Verwandlung, ein Film, den ich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie lese, einfach irgendwie erwähnen muss, nur um noch einmal zu realisieren, dass es dieses Machwerk wirklich gibt. Aber sie war auch noch Mallory's Mom in Natural Born Killers. Dann haben wir in dem Film natürlich Charlie Sheen. Ich glaube, über den brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen. Ein gewisser Herr Charlie Harper, der in diesem Film tatsächlich spielt, dass er dauernd sauft und herumhurt. Aber natürlich Topper Harley aus dem Hot Shots-Universum ist für mich eine seiner geilsten Rollen, Wall Street und so weiter. Wir kennen es. Außerdem gibt es Ben Stein zu sehen in dem Film, wahrscheinlich einer der einzigen armen Darsteller, die auch im zweiten Teil von Die Maske auftreten mussten, wo er tatsächlich seine Rolle des Dr. Neumann aus dem ersten Teil wiedergebracht hat. Zuletzt war er 2018 ins Sharknado 6, The Last One, als Alexander Hamilton zu sehen. Denn ich glaube, da hat Lin-Manuel Miranda ein bisschen was dagegen. Außerdem sehen wir Del Close, der interessanterweise auch noch als Reverend Mika in Der Blob oder auch als Alderman in The Untouchables zu sehen war. Richard Edson hat auch noch interessante Rollen. Den Tick in Strange Days, den V2 in Do The Right Thing, den Carlos Perro in Rob Zombie's Three From Hell, beziehungsweise den Dino in Black Dynamite oder auch den Spike Cooper in Super Mario Bros. 1993. Ein weiterer Film, den ich immer wieder gerne erwähne. Außerdem sehen wir Christy Swanson, die Original-Buffy aus Buffy, der Vampir-Killer, dem Film aus 1992, wo auch noch Donald Sutherland mit dabei war. Sie war die Kathy in Blumen der Nacht oder die Christy Boner. In A-Mann, wo ist mein Auto? Wir sehen Max Perlich, der beispielsweise als Evan im Cliffhanger noch zu sehen war, als David in Drugstore Cowboy, beziehungsweise der dann auch noch als Kevin Dulli, in Blow zu sehen war oder in Haunted Hill als Schektor. Dann ist auch hinter der Kamera etwas Interessantes zu sehen, beziehungsweise zu hören gewesen. Ira Newborn hat die Musik beigesteuert. Er hat zwar im Laufe seiner Karriere nur bei 37 Projekten für die musikalische Untermalung gesorgt. Darunter waren dann allerdings Titel wie Die Nackte Kanone oder Ace Ventura oder High School High oder auch ja, das ist ein Caddyshack, na gut, zwei schlappe Bullen beißen nicht, Lisa der Helle Wahnsinn, Kopfüber in die Nacht, sogar schon bei allen Folgen der Serie Die Nackte Pistole oder eben bei das darf man nur als Erwachsener, also auch einer von den quasi Comedy- beziehungsweise respektive John Hughes Alumni. Aber ganz besonders interessant finde ich die Kameraarbeit von Tuck Fujimoto, der insgesamt bei 62 Produktionen als Kameramann tätig war, der tatsächlich mit Filmen wie Chicago Blues oder Badlands oder Caged Heat oder Frankensteins Todesrennen, Das Monster von London Cannonball oder Shatterbox, der Film, wo eine Frau eine Sprechende hat, wo ich dazu sagen muss als bekennender Cinema-Snob-Fan, weiß ich ja, dass es nicht nur einen Film gibt, in dem eine Frau eine Sprechende hat, aber nur einen, der Shatterbox heißt. Aber er hat dann auch noch die Kamera gemacht, bei Filmen dann wie Blast, wo die Büffel rühren, der Grenzwolf, zuerst sogar eher kleinere Sachen, so kam auch eine Folge von MacGyver ein Jahr vor, Ferris macht Blauweid an, kam Cocoon 2, dann kam Das Schweigen der Lämmer, Philadelphia, The Sixth Sense Signs, The Manchurian Kandidat, The Happening oder Devil, also relativ viel Grütze von M. Night Shyamalan, aber Das Schweigen der Lämmer, holy freaking hell, und zuletzt wurde der Film dann auch noch von Paul Hirsch geschnitten, der insgesamt 44 Schnittarbeiten in der IMDb vermerkt hat, der witzigerweise auch mit Sachen wie das Phantom im Paradies oder die Schwestern des Bösen angefangen hat, oder Carrie, das Satans jüngste Tochter, bereits Ende der 70er Jahre, für seine Schneidarbeit an Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, einen Oscar für das beste Editing bekommen, der 2005 dann noch einmal nominiert war für Rey, aber zwischendurch dann auch noch andere Titel geschnitten, haben wir natürlich Star Wars Episode 5, Blowout, weitere Brian De Palma Geschichten, Footloose, ein Ticket für zwei, Mein Bruder Kein, Falling Down, Mission Impossible Hard Rain, mein großer Freund Joe Lake Placid, Mission to Mars, Pluto Nash, oh, date movie, Righteous Kill, Source Code, Mission Impossible Phantom Protocol, Warcraft The Beginning, der grauenhafte Tom Cruise Die Mumie Film, aber auf jeden Fall eine Menge an Box Office Gold, und Tom Cruise's Die Mumie. Auf jeden Fall ist Cast and Crew von Ferris Macht Blau absolut, absolut fantastisch, und ich glaube, es ist an der Zeit noch ein bisschen etwas über Hintergrundinformationen zu bekommen. Auf der einen Seite haben wir bereits über die tatsächlich verheirateten Eltern von Ferris Bueller gesprochen, aber obwohl sie in dem Film selbst Zwillinge spielen, waren tatsächlich dann Matthew Broderick und Jennifer Grey nach dem Film verlobt. Allerdings, tragischerweise, hatten die beide dann, nachdem Broderick Biloxi Blues gedreht hat und noch vor Jennifer Grays Premiere für Dirty Dancing, einen Autounfall, bei dem die Passagiere von dem anderen Auto, eine Mutter und ihre Tochter, gestorben sind. Außerdem, wo wir vorher von Charlie Sheen gesprochen haben, um seinen quasi Look für diesen Film zu bekommen, hat er 48 Stunden vor den Dreharbeiten einfach nicht geschlafen. Er hat dann aber später gesagt, dass wie er sich die Szene dann später noch einmal angeschaut hat, hätte er sich am liebsten selbst eine aufs Maul gehaut für die Performance. Seine ganze Szene wurde gedreht an einem seiner freien Tage von dem Film Lucas, den er mehr oder weniger parallel gedreht hat und empfohlen wurde er tatsächlich von Jennifer Grey, nachdem sie eben die Rote Flut gemeinsam gemacht haben. Und es gibt in der IMDb Travias Section noch eine relativ lange Geschichte, dass nach einer Inside-Story-Dokumentation eigentlich der volle Name von Charlie Sheens Charakter Garth Volbeck sein soll. Und das ist eine relativ große Backstory über Garth. Garth ist nach Wayne's World, glaube ich, der zweite und letzte Charakter, der Garth heißt. Aber eigentlich eine komplette Backstory mit tatsächlich so einer Art Müllwagen, wo der Name Volbeck draufsteht. Und da hätte es eine Backstory gegeben, die dann aber letzten Endes überhaupt nicht verfilmt worden ist und warum zum Beispiel Garth dann aus der Schule raus ausgestiegen ist und so weiter und so fort. Aber wenn wir gerade bei Charakteren sind, Ben Stein, über den wir vorher gesprochen haben, der diesen Economics-Teacher spielt, der hat von John Hughes quasi den Auftrag bekommen, einfach eine echte Vorlesung über Wirtschaft zu halten, weil er tatsächlich keine Schauspielerfahrung hatte, sondern eben eine wirkliche Ausbildung in dieser Wirtschaft. Und deswegen ist nichts, was Stein in dieser gesamten Szene sagt, wirklich geskriptet. Und das, er hat dann auch nachher über den Film gesagt, dass ihn der Film quasi persönlich wirklich wahnsinnig berührt hat und gemeint hat, das ist für Komödien das, was vom Winde verweht, für epische Filme waren. Dass der Film quasi niemals sterben wird, weil er sich so auf diese menschlichen Emotionen konzentriert. Das muss man auch tatsächlich sagen, nachdem ich den Film jetzt wirklich fast 40 Jahre, nachdem er gedreht wurde, das erste Mal gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, dass die Geschichte rund um Ferris Bueller und seine Freunde eigentlich so ziemlich absolut zeitlos ist. Was allerdings nicht zeitlos ist, das ist der Ferrari, der in diesem Film verschrottet wird. Gut, es ist glücklicherweise kein echter Ferrari. Die Leute von der Filmproduktionsfirma haben tatsächlich böse, böse Briefe von tatsächlichen Autofans bekommen, weil dieser Ferrari nur in ganz geringen Stückzahlen existiert hat. Und deswegen haben sie aus einem MG Sports Car mit irgendeinem Fiberglas eine tatsächliche neue Version von diesem Auto gebaut, weil sie es sich ganz einfach nicht leisten konnten. Einen von den echten Ferrari 250 GT California Spider Autos, von denen übrigens nur 104 Stück wirklich produziert wurden, für den Film zu verschrotten. Das kann man sich ansatzweise auch wirklich vorstellen. Dann muss man sagen, dass Ellie McClurk, die Assistentin von Jeffrey Jones, dann im Jahr 2010 irgendwann einmal gesagt hat, dass sie bei ihrer Schulsekretärinnenrolle die Idee hatte, dass diese Person einfach in den 1960er Jahren stecken geblieben ist und deswegen eben auch diese komische 1960er Frisur hat. Was aber witzig ist, weil eben die ganzen Hairdresser am Set sich in erster Linie darauf konzentriert haben, die Haare von Mia Sara schön aussehen zu lassen und überhaupt keine Ahnung hatten, wie man dieses 1960s Air machen hat können, weswegen sie sich ihre eigene Frisur tatsächlich jeden Tag am Set selbst machen hat müssen. Wohingegen John Hughes das Schlafzimmer von Ferris Bueller tatsächlich selbst gestaltet hat, auf Basis von seinem eigenen Zimmer, als er dann noch in der Highschool war und dass man eben deswegen so eine quasi komplett unorganisierte Anordnung von irgendwelchen Props hat. Was ebenfalls witzig ist für die historische Einordnung von Ferris Bueller, die First Lady Barbara Bush hat in ihrer 1990er quasi Amtsantrittsrede im Wellesley College ein Zitat aus dem Film gebracht und sie hat gesagt, ich zitiere, Find the joy in life, because as Ferris Bueller said on his day off, life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Und das Publikum hat so geklatscht, dass sie nachher noch ergänzen hat müssen, ich werde es meinem Mann George nicht sagen, dass ihr mehr für Ferris Bueller geklatscht habt als für ihn. Gut, kann ich zugegebenermaßen auch wirklich nachvollziehen. Und interessanterweise, nachdem wir über Castings gesprochen haben, nachdem sie bei Weird Science, bei Lisa, der helle Wahnsinn, zusammengearbeitet haben, hat John Hughes eine Rolle an Bill Paxton geben wollen, nämlich die von diesem Garage Attendant, der quasi dieser Valet Parking Guy. Die Rolle hat Bill Paxton aber abgelehnt, weil er der Meinung war, das ist eigentlich eine kleine Rolle, weswegen John Hughes ihm niemals wieder eine Rolle angeboten hat. Kommen wir vielleicht an der Stelle einmal zu der größten Schlüsselszene in dem Film, diese riesengroße Parade-Sequenz. Die ist nämlich deswegen interessant, weil die wurde tatsächlich während einer echten Parade gefilmt, der sogenannten Fanstuben Day Parade, die in der Chicagoland Area tatsächlich jedes Jahr stattfindet. Und da hat man am ersten Wochenende, wo tatsächlich diese Parade stattgefunden hat, in erster Linie so ein paar Long Shots und ein paar weiter entfernte Aufnahmen eingefangen, wohingegen man sich dann am zweiten dreht hat, wo man eher die Nahaufnahmen gedreht hat, darauf konzentriert hat, dass man tatsächlich angekündigt hat über Radio und Fernsehen, dass an diesem Tag ein John Hughes Film gedreht war. Und es sind tatsächlich immer noch eine Menge an Leuten aufgetaucht. Interessanterweise einige Sachen, die John Hughes einfach zufällig eingefangen hat, wie eben zum Beispiel diese einige Leute, dieser Construction Worker, zum Beispiel der Bauarbeiter, der da tanzt. Das war nichts, was gescriptet war. Das waren einfach nur Leute, die die Musik gehört haben und dazu getanzt haben und John Hughes gesagt hat, du tollst einmal bitte ganz kurz die Kamera hin. Das ist auch interessant, dass einige Tanzsequenzen, zum Beispiel direkt aus dem Michael Jackson Thriller Video oder aus dem Motown 25 Fernsehspecial kommen, dass interessanterweise auch teilweise die Geschichten von dieser Parade komplett gescriptet waren. Choreografiert wurde das Ganze von Kenny Ortega, der dann später natürlich durch Dirty Dancing zu ruhen kam, aber eine Menge von den geplanten Choreografien mussten dann am Ende des Tages wieder fallen gelassen werden, weil sich Broderick sein Knie verletzt hat, nämlich relativ hart bei den Szenen, wo er durch die Gärten von den Nachbarn gelaufen ist und sich deswegen einfach kaum bewegen hat können. Und deswegen waren es vor allem diese Knie-Drehungen und so weiter, diese Ursprung, so schauen Knie-Drehungen übrigens aus, in meiner Welt, mussten sie einige Sachen wieder weglassen und er hatte, und John Hughes hat dann irgendwann mal gesagt, okay, wir machen es noch einmal, aber ohne irgendeine Choreografie. Und deswegen war es dann am Ende auch wieder relativ wurscht, weil es sollte ja ein bisschen chaotisch sein. Und genauso hatten sie eben dann bei Twist & Shout so ziemlich alles irgendwie nur improvisiert. Bei Dankeschön war es ein bisschen mehr noch choreografiert. Das war eben auch eine witzige Sache, weil die Tatsache, dass Matthew Broderick Dankeschön schon in der Dusche, in einer früheren Szene in dem Film singt, das war quasi seine Idee. Es lag einfach nur daran, dass er den Song vor den Dreharbeiten von dem Film noch nie gehört hatte und einfach einmal in quasi einer Drehpause üben wollte, weil ihm war kurz fad und dann hat er in der Dusche zum Singen angefangen und das haben sie dann irgendwie auch einfach in dem Film gelassen. Was ich witzig finde, ist, dass Sir Paul McCartney sich irgendwann einmal zu dem Film geäußert hat und gemeint hat, dass er den Film grundsätzlich sehr mag, allerdings persönlich die Twist & Shout Szene nicht mag, weil sie dort diese Blechblasinstrumente einbauen. Und so viel zum Thema Paul McCartney. Aber John Hughes war tatsächlich nachher ein bisschen traurig, weil er gemeint hat, es ist schade, einen quasi Beatle verärgert zu haben. Interessanterweise ist dieses Restaurant, wo Ferris und seine Kompanie hingehen, dasselbe, das dann auch in Blues Brothers bzw. in St. Elmo's Fire auftritt. Dann hat John Hughes persönlich nicht nur die Set Deko teilweise gemacht, sondern auch die Musik für den Soundtrack ausgewählt und da hat er eine wirklich großartige, eine fast meilensteinartige Zusammenstellung an Soundtrack-Songs gefunden, weil er wollte, dass sich alles an dem Film irgendwie neu und ungewohnt anhört. Allein dieses, oh yeah, ich weiß, ich mach's komplett falsch. Aber das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Soundtrack-Bits von diesem ganzen Film. Ah ja, oh yeah, von der schwedischen Band Yellow steht ja eh da. Ist eine absolut großartige Wahl. Tatsächlich wurde der Soundtrack von dem Film allerdings nie offiziell auf Vinyl oder CD veröffentlicht, weil John Hughes der Meinung war, dass die Songs zwar im Zusammenhang mit dem Film funktionieren, nicht aber, wenn man sie einfach nur nebeneinander auf einem Album und Sampler hört. Es wurden allerdings trotzdem ein paar hunderttausend Seven-Inch-Vinyl-Singles mit zwei Songs wurden quasi an Fans aus irgendeiner Mailing-List verschickt. Aber kommen wir eben zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu Cameron, zu Alan Ruck. Da hat John Hughes ebenfalls gesagt, dass er diesen Charakter auf einem seiner eigenen Freunde aus der High School basiert hat. Ferris Bueller wurde zum Beispiel benannt nach einem von John Hughes' persönlichen Freunden, nimmens Burt Bueller. Aber Cameron basiert auf einer Art quasi auf einer verlorenen Person, der von seiner Familie ein bisschen vernachlässigt wurde. Deswegen war er dann auch eben ein bisschen komisch. Und interessanterweise hätte, nachdem Alan Ruck gesagt hat, die Rolle von Cameron hätte ursprünglich an Emilio Estevez gehen sollen, aber der hat sie abgelehnt. Und deswegen hat Ruck gesagt, jedes Mal, wenn er Emilio Estevez sieht, möchte er ihm am liebsten ein Busse geben und sagen Dankeschön. Und das, obwohl er nur 40.000 Dollar an Gage bekommen hat. Ein weiterer Schauspieler übrigens, der die Rolle abgelehnt hat, war Anthony Michael Hall. Interessanterweise hat Alan Ruck vorher sogar für die Rolle von Bender in The Breakfast, ich glaube, dem Frühstücksklub, eine Bewerbung abgegeben. Aber die Rolle ging dann an Judd Nelson und als es jetzt dann um Cameron Fry ging, hat sich John Hughes an ihn erinnert und ihm dann diese Rolle gegeben. Allerdings muss man sagen, dass die Rolle für Alan Ruck jetzt nicht unbedingt dieser Karriere-Move war, den er sich eigentlich erhofft hatte und dass er dann später tatsächlich, um seine junge Familie zu unterstützen, auch wirklich wieder normaler Arbeit nachgehen musste. Und so hat er beispielsweise in einem Sears-Geschäft gearbeitet, nämlich wirklich für Minimum Wage, für den Mindestlohn. Und tatsächlich haben andere Mitarbeiter immer wieder zu Ruck gesagt, dass er sie an Cameron Fry aus Ferris Bueller's Day Off erinnert. Und tatsächlich wollte er es allerdings niemandem jemals sagen, dass er das tatsächlich war, einfach um sich quasi diese Blamage zu ersparen, dass er der Schauspieler aus dem Film war und jetzt das wieder machen musste und hat sich deswegen so ein bisschen unter dem Rade gehalten. Going Places war dann letzten Endes der Film, der seine Lebensgeschichte wieder ein kleines bisschen nach oben gebracht hat. Und apropos nach oben gebracht, das war der klassische Kameraschnitt für mein Quickie-Review, das ich nach 30 Minuten neu auftreten musste. Aber witzigerweise nach oben gebracht ist auch eine recht gute Überleitung für diese Garagenszene, ganz zum Schluss, weil die spielt ja eigentlich eher in der Sommerzeit, wurde allerdings im Herbst gedreht, weswegen die Produktionscrew von Ferris Bueller's Day Off tatsächlich jedes einzelne Blatt von jedem einzelnen Baum grün anmalen musste. Das finde ich wild. Außerdem ist der Text, der im Bild eingeblendet wurde, während Ferris Bueller seinen Eltern vorgaukelt, dass er eigentlich krank war, erst später hinzugefügt worden, weil John Huston bemerkt hat, eigentlich ist die Szene nicht wirklich lustig genug. So hat man tatsächlich erst im Schnittraum einige kultige Szenen aus dem Film so zusammengebaut, wie wir sie letzten Endes kennen. So war zum Beispiel die Kusssequenz wesentlich kürzer angelegt und wurde dann im Schnitt verlängert, beziehungsweise auch die Szene, wo Rooney von Genie drei Kicks ins Gesicht bekommt. Eigentlich war es nur ein Kick, der wirklich gefilmt wurde. Etwas erweiterte, um das Ganze ein bisschen lustiger zu gestalten. Und damit kommen wir zu meiner Lieblingsrolle, eben zu Jeffrey Jones als Schuldirektor. Er hat tatsächlich gesagt, dass seine Rolle in dem Skript eigentlich noch relativ klein war, aber dass es für ihn eben wichtig war, das ein bisschen auszubauen, so dass er der Einzige ist, der eben gegen Ferris Bueller ist. Und er wurde gecastet, weil John Hughes seine Performance in Amadeus als Emperor wirklich mochte, weil er gemeint hat, dass das quasi moderne Äquivalent für diesen Kaiser in Amadeus eigentlich der Charakter des Rooney war. Und wie gesagt, obwohl Jeffrey Jones eher das gleiche macht wie in Howard the Duck, fand ich seine Rolle großartig. Ich muss ja sagen, dass ich persönlich nicht immer der größte Fan von diesem subtileren Humor von John Hughes bin. Breakfast Club ist kein Film, der mich persönlich wirklich abholt und mitnimmt. Ich mochte zwar Lisa, der helle Wahnsinn, ein bisschen, habe mich natürlich bei Kevin allein zu Hause ziemlich abgehauen. Aber Ferris Bueller ist eben wirklich der Film, der ein bisschen deswegen funktioniert, weil eben diese leichte Lebensfreude, dieses charakterbasierte, was wir am Anfang von dem Video kurz durchbesprochen haben, eben sehr schön durch die von Jeffrey Jones getragene Slapstick-Partie in dem Film abgerundet wird. Und dieser Slapstick funktioniert perfekt. Alleine diese letzte Sequenz, in der Jeffrey Jones noch einmal auftritt und teilweise nicht sagt, nur steht oder ein paar Schritte geht, obwohl diese Sequenz eigentlich elendiglich lang geht, dafür, dass nichts passiert, ist das eine der lustigsten Szenen in dem ganzen Film. Und man kann einfach nicht Jeffrey Jones' entsetzten Blick, wenn er irgendwas sieht wie den Hund oder den Gartenschlauch oder sonst irgendwas, man kann einfach nicht lachen. Er ist quasi einer der Wet Bandits aus diesem Film, wobei eben die Slapstick-Comedy in diesem Fall ein kleines bisschen weniger lebensbedrohlich ist, aber trotzdem sicherlich ein kleines bisschen wehtut. Dann hat John Hughes dann noch einmal gesagt, dass quasi die Museumsszene so quasi etwas ganz Persönliches für ihn war, weil dieses Museum für ihn ein Ort war, dieses Art Institute in Chicago, wo er sich persönlich immer wieder ganz gerne zurückgezogen hat und sich Inspiration geholt hat und dass vor diesem Film in diesem Museum noch niemals ein Film gedreht wurde, bis eben die Produzenten von Ferris Bueller angeklopft und nachgefragt haben. Jennifer Grey hat dann irgendwann einmal gesagt, dass John Hughes bei den Dreharbeiten gesagt hat, kein anderer Film hatte jemals dermaßen viel Kunst in sich wie dieser, einfach weil sie halt im Museum gedreht haben. Eine andere Szene, die sie allerdings nicht gedreht haben, war die eine Szene, wo Ferris Sloan und Cameron in einen Stripclub gehen. Diese Szene wurde dann allerdings von den Paramount Executives quasi abgelehnt, weil sie nicht mehr viele Drehtage übrig hatten und deswegen mussten sie auf die Sequenz verzichten. Dann gibt es noch eine Szene, Paul Dupont Noonan ist der erste Charakter der Filmgeschichte, der erst auftaucht in einem Film, nachdem der Name in den Credits, Endcredits wohlgemerkt, genannt wurde. Die zweite Person war dann Sigourney Weaver in einem Film, den ich jetzt einfach auf Spoiler gründen fähre, deshalb aber nicht erwähnen möchte. Wir haben übrigens in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Idee gehabt, dass man ein Sequel für den Film dreht, wo Ferris Bueller in College ist oder irgendeiner Arbeit nachgeht, aber die Idee wurde dann abgewiesen, vor allem weil Matthew Broderick der Meinung ist, dass dieser Film kein Sequel braucht, dass er quasi genau dort ist, wo er hingehört, was Zeit und Ort betrifft und dass der auch kein Update braucht, was meiner Meinung nach auch ein sehr guter Zugang ist. Und damit, ja, das war ein bisschen viel Backstory, aber es war wahnsinnig interessant, diese Backstory zu recherchieren, vor allem weil Ferris Bueller's Day of ein Film ist, der wahnsinnig interessant ist und der, finde ich, auch rechtfertigt und wert ist, diese Zeit in die Recherche zu involvieren, weil anders als eben beispielsweise der erwähnte Hot Shots ist Ferris Bueller kein Film, wo man sich quasi vor Lachen auf die Schenkel haut währenddessen. Es ist mehr so die klassische John-Hughes-Komödie, wo man eigentlich zuschaut und die meiste Zeit über eher nett amüsiert ist. Natürlich gibt es die ein oder andere Peinlichkeit, so wie dann Camerons Charakter, der Auszucker vielleicht ein bisschen übertrieben ist, oder mir tatsächlich diese überlange Paradensequenz wirklich brachial am Geist gegangen ist. Oder irgendwelche natürlich relativ forcierten Plotentwicklungen und Elemente mit den Eltern und bla und dem Schulterreter und dem. Aber es ist im Grunde genommen ein Feel-Good-Movie, es ist ein beeindruckendes Stück Film für die 80er Jahre, vor allem weil dieser Film so viel auf der einen Seite an Lebensfreude, an Lebenseinstellung nicht nur enthält, sondern auch vermittelt, und demnach eigentlich ein zeitloses Werk, das man sich auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung immer noch anschauen kann. Ich glaube fast, ein Film, der irgendwie seine Faszination und seine Leidenschaft, auch nämlich die, die er im Publikum auslöst, nie verlieren wird. Es ist sicherlich einer der besten Filme von John Hughes. Es ist zwar ein Film, der nicht ganz so hoch, mehr oder weniger auf der Liste von einigen Filmkritikern steht, wie eben Breakfast Club, aber es hat meiner Meinung nach schon eigentlich eine ganz gute Bedeutung, dass dieser Film in der Filmregistry gelandet ist, bevor es das Breakfast Club geschafft hat. Meiner Meinung nach einer der besten Filme, die John Hughes jemals gemacht hat, natürlich einer der besten Filme, die die ganzen daran beteiligten Schauspieler jemals gemacht haben, und einer, der mich wirklich auch im Jahr 2023 noch gut unterhalten hat, und einer, wo ich mich jetzt wirklich freue, dass, obwohl ich mittlerweile seit eigentlich über 20 Jahren Filmfan, Filmschauer, Filmsammler bin, ich einfach immer wieder Klassiker entdecke, die ich noch nie gesehen habe. Und Ferris Bueller war genau ein solcher einer, der bei mir wahrscheinlich noch länger unentdeckt geblieben wäre, wenn mich mein lieber Zuschauer und mein liebes vor allem Kanalmitglied, Aston Smarty, nicht dazu gezwungen hätte, mir den Film anzuschauen. Ja, das war ein Wunschquickie. Das war das Wunschquickie von Aston Smarty für den Juni 2023. Ich hoffe, man hat Verständnis, dass es diesmal ein bisschen länger gedauert hat. Aber es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht zu recherchieren. Ich hoffe, ganz besonders dir, aber auch allen anderen hat es Spaß gemacht, sich dieses Review anzuschauen. Wir werden uns auf jeden Fall dann im Bälde wieder mit einem neuen Wunschquickie hier sehen. Das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!